Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch zu meiner ersten Folge auf der YouTuber-Insel! Ja Freunde, ihr habt es richtig gelesen, wir sind neu auf der YouTuber-Insel und deswegen gibt es heute eine richtig krasse Folge für euch. Ganz kurz vorweg, wenn ihr das Projekt feiert und ihr mehr Bock auf YouTuber-Insel-Folgen habt, dann lasst auf jeden Fall jetzt alle schon mal einen dicken Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid. Und ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der Folge, es ist richtig viel passiert. Wir sind vielleicht auch schon dem allerersten Clan beigetreten, Leute, aber ich würde sagen, seht einfach selbst. Okay Freunde, wir sind direkt in Minecraft angekommen und ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, denn da wird nur ein einziger Server angezeigt und zwar ist das die YouTuber-Insel! Und ich sehe auch gerade schon, es sind richtig viele Leute hier online, Leute, ganze 10 Stück und ich werde gleich einer davon sein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, joine ich jetzt das allererste Mal auf die YouTuber-Insel! Okay Leute, wir sind gejoined! Und was ist das denn? Bro, hier ist einfach alles kaputt! Was? Hä? Wo bin ich denn hier gelandet, Leute? Oh mein Gott, warte mal! Leute, da sind direkt zwei! Oh mein Gott! Oh nein, nein, nein! Nein! Warte, ich versteck mich! Hallo Lumix! Ich bin gar nicht da! Willkommen auf der YouTuber-Insel, herzlich willkommen! Ja, was geht ab, Jungs? Wir sind Freunde, oder was? Ja, guck mal, wir haben geschenkt, wenn ich heute mal auf der YouTuber-Insel, bis du kriegst ein Starter-Kid! Erstmal kriegst du dein eigenes Bett! Oh, ja, das ist ja echt korrekt, man! Oh, das ist ja mal schreit! 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 Oh, was? Das ist ja übel korreit, warte mal! Und Alpha-Clan-Banner! Yeah! Alpha-Clan! 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 Ah, ihr habt so Clans, ich sehe schon, Bro! Oh, warte mal! Wir haben die besten Clans auf der ganzen Insel, wir sind die sichersten! Ja, aber was habt ihr hier gemacht? Hier ist doch alles kaputt, Mann! Ähm, damit haben wir nichts zu tun! Ah! Okay! Ja? Du hast jetzt schöne Items von uns, das heißt, du musst uns folgen! Äh, warte mal! Ihr versucht mich zu bestechen! Nein, ich komme nicht mit! Ich kenne euch gar nicht! Nee, da gibt ihr Items wieder! Nein, Junge, beruhigt euch! Stopp, stopp, stopp! Nein! Okay, 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 beruhigt euch! Du hast es zu uns! Es gibt die Amande! Yeah! Okay, beruhigt euch! Ich soll... Nein, ich brauche das! Ich will das verhalten! Okay, nein, kannst du weiter, aber du musst uns folgen! Du bist jetzt ein Mitglied des Alpha-Clans, aber du willst es doch nicht! Alpha-Clan-Mitglied? Bekomme ich dann auch so eine... Bekomme ich auch so eine cool Rüstung dann, so mit Dias? Kriegst du dies garantiert! Leute, ich bin kurz gemutet! Ey, das... Das muss sich richtig lohnen! Okay, Leute, wir gehen da jetzt einfach rein! Pass auf! Pull dir nach zwei Tagen! Äh, ja gut, ich... Ich komme dann... Hey! Weck du! Hä? Wer ist das? Weck du! I'm going! Genau! Ich bin jetzt nämlich im Alpha-Clan! Platz da, Mann! Ja! Halt Abstand! Hier ist der Alpha-Clan! Du weißt, was ich in dir redet! Du hast mit den Krass-Leuten zu tun! Du weißt weg ins! Abstand! Ey, Leute! Einfach so meine eigenen Bodyguards direkt! Ja, ja! Ey, ich seh schon, nimm alle Angst! Sag mal, kann ich hier ein bisschen... bisschen was Clowns aus den Kisten? Ich meine, hier ist so Erde drin! Ja, erlauben wir dir! Wir drücken die Auge zu! Ja! Wir dürfen alles nehmen! Wir dürfen alles nehmen! Ja! Boah! Alles ab! Ich nehm alles mit hier! Boah! Also wenn ich jetzt hier ein bisschen was rausklaue, ist bestimmt nicht schlimm, oder? Boah! Kannst du es machen! Ja! Wir sind ja Alpha-Clan hier! Jeder hat Angst vor uns! Ich klau einfach alles! Wer ist denn? Wo ist denn hin? Äh... Alphaschein? Alphaschein? Ich glaube, er ist gegangen! Ich glaube, er hat doch keine Lust auf mich! Was geht? Was geht? Jo, wer bist du denn? Was geht? Was geht? Ich bin Finski! Finski! Du hast auch schon ne krasse Rüstung, sehe ich hier, ne? Ja! Ah, ich hab auch so ne Lust! Kannst du mir eine geben? Hm... Ich hab leider nur eine und die hab ich geschenkt bekommen! Also ich war die aus Form und bin down gegangen, also... Ja... Hey! Nicht mit dem verhandeln! Weg hier! Boah! Junge! Er schlägt den direkt! Verstehst du das? Weg jetzt! Oh! Ich werd kein zweites Mal sagen! Oh, der arme... Moment, wir werden auf dich aufpassen! Er wollte dich abziehen! Merkst du das? Ja, ja, ja... Der wollte mich abziehen! Wir waren gefährlich! Die wollen ja nix gutes! Ja, aber... Ist ja okay! Ich hab verstanden! Ihr seid die größten! Ja, ist okay! Aber ich brauch jetzt auch mit Diamantenrüstung! Krieg ich die jetzt? Wir können den Eisenrüstung besorgen! Dafür muss es voll gehen! Ja, okay! Ich komm mit! Du brauchst ein Boot entehe! Hast du ein Boot entehe? Hast du ein Boot entehe? Ja, aber könnt ihr mir erstmal so die richtige... die richtige Insel zeigen? Weil hier ist ja gar nix! Das ist die richtige YouTuber Insel! Siehst du da vorne diesen Turm! Das ist der Alpha Clan Turm! Oha, Bro! Okay, der ist echt krass! Wir haben noch mehr Sachen! Uns geht's sehr gut hier auf der Insel! Verstehst du der Eisen? Ja, ich versteh schon! Ich versteh schon! Schaut mal, Hilfe! Alpha Clan greift mich an! Nein, 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 nein! Alles gut! Littet nicht! Springe runter, okay? Soll ich einfach runterspringen? Einmal runterspringen! Aaaaahhhh! Oh mein Gott! Hahahaha! Leute, ich bin noch mal gemutet! Ihr seht, es geht hier komplett ab direkt! Ich bin direkt im Alpha Clan oder so! Keine Ahnung, er meint ja, die sind die stärksten hier! Deswegen, ich würde sagen, Leute, ich komme jetzt einfach hinterher! Wenn ich Glück habe, kriege ich eine Diamantenrissung, Leute! Ey, guck mal, du hast nen Delfin! Schau mal! Uuuuuhhh, ist so süß! Ey, nicht abschießen! Ey! Boah, da will ich angreifen! Das ist gefährlich! Ah, okay, ich verstehe. Das ist doch die YouTuber Insel! Das ist die YouTuber Insel hier alles! Das ist alles die Insel, die gehört uns! ist die Alfa-Klan in See. Alfa-Klan? Okay, okay. Ja, kannst du mir sagen, was gibt es noch so für Clans? Weil ich sehe, es sind ja richtig viele Leute noch hier drauf. Ah, die sind so nicht nennenswert. Von denen muss ich dir nichts erzählen. Ah, okay. Die sind Wannabe-Clans. Die können gar nichts. Okay, okay. So lang? Okay, okay. Dann war es vorbei. Ja, okay, okay. Richtig. Ja, ist ja gut. Sorry. Ja, aber sind wir irgendwann mal da oder fahren wir jetzt noch fünf Jahre? Eine Minute noch. Eine Minute noch, okay. Ja. Das ist unsere Villa. Ja, das ist die Alfa-Klan-Villa. Oha. Warte mal. Wenn das hier Alfa-Klan-Villa ist und ich jetzt auch im Alfa-Klan bin, ist das ja auch quasi meine Villa, oder nicht? Ja, such den Zimmer aus. Kein Problem, Bro. Oh mein Gott. Ja, Mann. Ich zeige jetzt erstmal das Krasseste. Komm, man. Okay, okay. Zeige jetzt, okay. Guck mal, was wir nämlich hier gebaut haben. Wir haben eine Eisenswahl. Guck mal, viel da drin, ey. Ey, aber ihr habt die ja eingesperrt, einfach die Arme. Ist egal. Guck mal in die Kiste rein, okay? Nimm dir ruhig zwei Stacks raus oder so. Macht die Rüstung kein Problem. Ich darf jetzt zwei Stacks rausnehmen. Ja, kein Thema. Ey, du bist doch der Beste. Ja, ich habe mir zwei Stacks rausgenommen. Kein Thema, Crafty, der ist mal ganz Rüstung, Eimer, Dieb. Das ist alles, was du brauchst. Oha, ey. Ey, also ich muss ehrlich sagen, hier direkt zum Alfa-Klan, so gehen wir die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Ja, siehst du? Ja. Du bist mein beste Klan hier. Guck mal, ich schenke dir sogar noch ein Schick. Ein Schick habe ich auch noch bekommen. Mit dem Alfa-Klan-Logo. Ey. Alfa-Klan, Alfa-Klan. Nein, warte mal. Du musst keine zehn Minuten online schauen. Du bist ein Full Iron. Ja. Aber wenn uns jemand angreift, muss ich mich verteidigen. Ich brauche wenigstens noch so ein Diamantenschwert. Einen habe ich ja schon. Habt ihr noch einen zweiten? Und da hast du noch einen Dier? Äh, ich muss eine Hohl gewittert. Boah, das wäre richtig krass. Ich mache noch eine OP-Farm, eine Geheimtversteck, aber kann ich dir noch nicht zeigen. Ich muss erst mal vertrauen können, okay? Ihr habt doch ein Geheimtversteck? Ja, aber du musst dich erst im Alfa-Klan nicht weinen sehen. Ich beweise mich doch. Ich kriege das in den Kummer. Ich habe doch schon ein Alfa-Klan-Schild hier. Genau. Ich kann auch schon euren Kriegsschreiber. Pass auf. Alfa-Klan! 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 Ja! Schon niemals! Okay, warte, ich pflanze kurz ein paar Karottis an. Hey, Blackjack, warte, was geht ab? Hey, yo, was geht ab? Was geht ab? Unser Gebiet. Was für euer Gebiet? Genau das hier ist nämlich der Alfa-Klan. Mach mal einen Abgang, Junge. Oh, nee, willst du mir jetzt erzählen, dass Lubex auch schon beim Alfa-Klan ist? Alfa-Klan! 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 Verkehrt mich weg! Und rennt sie! Ey, das ist unsere Villa! Raus hier aus unserer Villa! Lubex, du kannst jetzt gerne ein Zimmer aussuchen. Meine Villa, raus hier! Lubex, du willst ein Zimmer haben, oben oder unten, entscheide ich mal. Ich mach dir eine Roomtour. Also, wenn ich das Größte bekommen würde, wäre das halt richtig cool, ne? Hier ist ganz groß, wie du siehst. Wie kommen wir hoch? Warte mal, ähm... Warte, ich schau mir das mal an. Boah, ihr habt ja so richtig... Boah, die sieht ja echt krass aus, die Villa. Holy shit! Oh, genau! Oh, die ist heftig! Wir haben die Vorlage gebaut! Hä? Der ist Anlage! Digga, das läuft ja so gut! Wir sind direkt mal im Eifel dran! Komm, die Wohnung kannst du nehmen, das Peinthaus hier! Das gebe ich dir! Eine Villa... Ey, ich kann das nehmen hier! Das kannst du kaufen mit einem Dir! Mit einem Dir kriege ich das hier? Yeah! Das ist ja übel das gute Angebot, Leute! Komm, jetzt! Oder nie! Nur ein Dir! Okay, ja, natürlich! Ich kauf das! Ich kauf das! Ja, du! Das bisschen läuft! Wuuu! Also... Let's go! Hat sie gesagt, dass es uns nicht gehört? Äh, sag nix! Das ist ja übel dumm, Leute! Hä? Äh, egal! Wir passen auf dich auf! Du bist für uns wie ein kleiner Bruder! Ey, ihr genauso für mich! Okay, wartet! Ich mach kurz die Sachen hier rein! Und dann lass das kleine Rundtour machen! Hier, warte! Ich mach ein bisschen Eisen hier rein! Zack, zack, zack! Ich hab gesagt, dass du ein Lügner bist! Äh! Lumex! Hä? Ja, was? Nein, nein, nein! Was redest du? Nein, nein! Das war ich nicht! Der hat das gesagt! Hä? Wo ist der? Wir machen jetzt Pac-Man! Ja, genau! Blackjack, verschwindemann von unserer Insel! Blackjack, komm her, Junge! Lass uns reisen! Fahr mit in Ruhe! Alpha Clan! Alpha Clan! Alpha Clan! Das war's mit dir! Gib deine Rüstung, wo du bist am Ende! Genau! Gib die Rüstung her! Gib die Rüstung her! Die Rüstung her! Die Rüstung her! Hier, Lumex, guck mal, wie krass wir sind! Siehst du das? Versteht das endlich! Ja, ihr seid echt die Krassesten! Aber wir haben ihn jetzt einfach abgezogen! Das ist nicht ein bisschen ehrenlos, der Arme! Ah! Ich bin angerissen, Lumex! Ich bin vor allem, damit! Ich bin vor allem geschossen! Von wem? Lumex, seid angerissen! Versteck dich! Ja, ich versteck mich! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Übertäter? Digga, aber es geht hier ab, Leute! Die ist wohl gegessen! Geworben, geworben! Mayday, Mayday! Irgendwas ist drin, was ich klauen kann? Boah, ich klaue einfach ein bisschen was, Leute! Ich glaube ein bisschen was! Das ist ein Bogen! Ah, Leute, wenn man so ein kleines bisschen klaut, ist ja, denke ich, nicht schlimm! Also, wir klauen ja nicht so, dass es jemandem schadet, aber so ein paar Fuckin zum Beispiel kann man ja mitnehmen, Leute! Ne? Bisschen Erde kann man auch mitnehmen, zack! So! Ich meine, wir sind ja der Alpha-Clan, Leute, ne? Ist ja normal! Da muss man ja hier ein bisschen... Ein bisschen aufpassen! Ey, Leute, man, ey, es ist so nice hier auf der YouTuber-Insel! Also, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, lasst mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da! Ist echt richtig nice hier, auch, dass sie mich direkt aufgenommen haben! Aber, ich weiß nicht, ich fühle mich trotzdem nicht ganz sicher! Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie mich vielleicht so ein bisschen irgendwie über den Tisch ziehen oder so! Aber ich meine, ich habe keine andere Wahl, oder wir sind neu! Äh, ja, also, ihr habt mir alles gezeigt hier, aber wenn wir jetzt noch einmal zur anderen Insel fahren könnten und da noch alles... Ey, jetzt reicht's ja aber! Ja, okay! Ich höre dir jetzt ein Crymex-Burg! Ein Crymex ist ein großer Herzfeind von uns! Ein Herzfeind? Oha, okay, okay! Dem darfst du kein Freund werden, okay? Ja, ich verstehe schon! Ja, mach deine Augen auf! Oha, die ist ja riesig! Und die hat eigentlich mal uns gehört, oder was? Die ist unser! Ja, wir werden die wieder einnehmen! Ja, ja, komm! Dann holen wir uns die! Wir brauchen nur voll dir, dann gehört die wieder uns! So, wie kommt man da rein? Fragst du dich? Einfach hier hochschwimmen! Das gehört auch alles mir! Der Vogel, das ist Jeffrey, das ist auch mein Freund, der gehört auch mir! Guck mal, da siehst du meinen Namen! Alphastein! Hä? Das gehört ja wirklich euch! Warte mal! Genau, das gehört alles mir, Leute! Hier ist eine Falle! Aufpassen für Eindringlinge! Eindringlinge! Oh, das ist Lava! Ah! Hört damit zu machen, so! Hier haben wir einen Zoo! Hier gehört auch uns! Hä? Das gehört alles euch hier, oder was? Guck, hier ist der Alphakland, Mann! Das siehst du das? Das bedeutet, das ist alles von uns! Oha! Sieht richtig heftig alles hier aus! Ey, Leute, ich vertraue dir nicht ganz! Irgendwas ist ein bisschen komisch gerade! So einen kleinen YouTuber, über den man eigentlich nicht reden muss! Aha! Okay! Ja, aber ey, dass die Burg einfach euch gehört, ist echt krass, muss ich sagen! Das ist schon krass! Ja, die haben wir gebaut! Oha! In einem Tag haben wir die gebaut! Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ich dem Alphakland vertrauen soll! Ich weiß nicht ganz! Aber ist okay? Äh, ja! Ich muss mich auf den Alphakland konzentrieren! Die Häuser kennen auch alle! Und die bauen die alle für uns so im Auftrag! Ah, die bauen alle für euch hier, oder was? Hä? Äh, das ist... Das ist ja überheftig! Lol! Ey, sieht's voll schön aus mit den Bäumen! Was ist denn das für eine Riesenbrücke da oben? Ja, da oben wohnt Stani, ist auch ein Kollege von uns! Stani? Wunder! Ja! Dreizackbrüder! Dreizackbrüder! Aber warum ist hier ein Alphakland-Banner? Ja, weil wir das mal eingenommen haben! Aber wir wurden hier nicht! Ach so, ich wollte schon sagen, ist ja voll hier die Müllbude! Aber okay, Leute! Ich hab mich jetzt ganz kurz zur Seite gechillt! Ihr seht, das war schon Geisteskrank für Action hier in der ersten Folge! Aber ich hab grad im Chat gelesen, dass ein Crymax hier gleich im Paulberger Hiss irgendwie eine Casino-Eröffnung macht! Und es sind alle eingeladen! Deswegen würde ich sagen, steppen wir da jetzt mal hin! Jo, was geht? Was geht, Mann? Hitski! Und du hast grad versucht, in Lava zu schwimmen? Ah ja, das war ein guter Alpha! Bist du im Alpha-Clan? Ähm, ja! Ich sag dir jetzt schon mal! Das ist eine dumme Entscheidung! Warum sagen das alle? Der Alpha-Gan kämpft für das Böse! Äh, nein! Die sagen, die sind voll die Korrekten! Die geben voll viel Sachen und so! Ja, das sagen sie! Um Leute zu ihrem Clan zu bringen! Boah, ich bin halt erst seit grade hier, ne? Ich weiß halt echt gar nix, ne? Aber ich überleg mir das nochmal! Ich bin auch erst einen Tag hier, also! Hm. Und hier ist gleich Casino-Eröffnung, oder wie? Wer ist da hinten? Alphaschein! Alfie! Was geht, Mann? Jo, Lomax! Geht, Bro! Jo! Was geht, Finski? Ja, komm! Hör auf Stress zu machen, okay? Dann komm mit Ruhe! Genau! Nein! Hör auf zu reden! Wir haben nur... Wir haben... Wir haben nur... Wir haben nur geredet, Bro! Spann dich! Boah, das sieht echt krass aus! Das ist wirklich ein Casino, oder was? Ich will meine Diener fackzacken! So! Ihr wollt also... Yeah! Yeah! Wir wollen gerne verdienen! Ihr wollt also ins Casino! Okay! Ich schreibe noch einmal in den Chat... Casino-Eröffnung jetzt! Ihr seid die ersten Kunden! Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt aber reinkommen! So! Weißt du... Wisst ihr was? Ich hab sogar noch... Ich hab sogar noch zwei Diamanten im Inventar... Oh! Und deswegen... Ich werde... Ich verteil zwei Freispiele! Bitte! Ich hab keine dabei! Ich hab gar keine! Junge, du hast eine Diamantenrüstung! Ich hab gar nichts! Okay, wartet! Wartet, Junge! Wartet, Junge! Wartet, Junge! So, ich schenke euch allen ein Freispiel! Ich schenke euch allen ein Freispiel! Einfach glatt, fang du an! Einfach glatt, Junge! Fang du an! Warum echt? Ja! Fang an! Let's go! Einfach glatt! Wir schaffen das! Komm schon! Und dein Geld ist weg! Wie? Da war kein Gewinn! Wo ist mein Gewinn, Junge? Ja, komm! Lass mich ran! Lass mich ran! Ich hol das! Game! Okay! Okay, komm! Für den Alpha-Clan! Für den Alpha-Clan! Oh, war auch verloren! Lol! Ja, was soll das denn? Das ist eine 50-50-Schoss! Finski, Finski jetzt! Sag mal, das Casino ist manipuliert hier! Funktioniert gar nicht! Wo ist denn rauskommen? Jetzt nicht mal ein Dispenser! Warum regt ihr euch auf? Das waren doch E-Freispiele! Warte mal, ganz kurz! Das geht gar nicht! Wo soll denn das rauskommen eigentlich hier? Ich schwör, das geht! Ich schwör, das geht! Wo soll das rauskommen? Ja, zeig mal! Mach mal vor! Geht nicht! Hier unten ist der Spender, seht ihr? Ich hab den Diamanten gewonnen, Alpha! Raus hier, raus hier! Okay, okay, okay! Ja, okay, okay! Wir bringen euch! Okay, okay! Nein, ich bin gestorben! Was? Nein, Leute! Was ist passiert? Ich wollte da nur die Diamanten rausnehmen! Mann! Der hat mich einfach abgeknallt! Oh, Mann! Eine Ewigkeit später! Das schreibt... Ey, dieser Finski schreibt einfach, der hat mich angegriffen ohne Grund! Oh, nein, nein, nein! Guck mal! Da vorne ist eine Villa, siehst du das? Das gehört Ente und da vorne... Ah, ein Creeper! Ente? Nein! Ey, aufverständlich! Was machst du hier? Ein Crymax! Geh weg von unserer Stadt, Mann! Genau, unsere Stadt! Respektier uns, Mann! Ich hab gesagt, du sollst offline gehen! Du sollst offline gehen, ein Crymax! Bro, warum machst du Paul-Berger-Hills kaputt? Das war ein Creeper, Junge! Komm, komm, ich steh zurück! Ja, raus hier aus, Paul-Berger-Hills! Du hast Stadtverbot, Junge! Hör, das ist unsere Stadt! Was für unsere Stadt! Lumex, der Lübner! Lumex, der Lübner! Lumex, der Lübner! Lumex, der Lübner! Hä, ich denke, die gehört Ente! Lumex, ich hab gesagt, er will dich manipulieren! Das ist immer so! Ey, warte mal! Lumex, du bist doch hier neu auf der YouTuber-Institut! Ja, ja, ich bin jetzt hier beim Alpha-Clan! Oh, ich bin jetzt hier beim Alpha-Clan! Oh, Gottes Willen, beim Alpha-Clan! Ja, die haben mir voll viele Sachen gegeben! Eisen und so! Ist übel korrekt! Für Eisen hast du dich kaufen lassen! Hä? Nein, die haben mir auch ein Haus und so gegeben! Nicht nur Eisen! Was denn für ein Haus? Na, das ist eine Villa haben die mir gegeben! Was für eine Villa! Im Dschungel! Ein Alpha-Stein-Clan-Villa! Ach du, oh mein Gott! Ich freue mich, manipuliere mich! Verschwind nicht! Lumex, komm mal kurz mit! Lumex! Okay, okay! Hallo, wir müssen kurz unterfragen! Lumex darf nicht mit dir reden! Ja, okay, entspann dich! Ganz kurz nur! Ganz kurz! Also, Alpha-Stein darf dir sagen... Lass uns nicht manipulieren, okay? Lumex, er ist gefährlich! Will ich manipulieren? Ich wusste ja nicht, dass du Alpha-Steins Hund bist, hä? Lass dich nicht von seiner Rüstung rein! Nein, guck mal, der hat mir sogar ein Schwert und so gegeben, Mann! Wir haben seine Rüstung zehnmal! Die ist überhaupt nichts wert, okay? Lass dich nicht bei... Ey! Aber nicht hauen! Komm mit, Lumex! Ja, okay! Ich bin gleich wieder da! Ich bin gleich, Jux! Also, ich sag's mal so... Ich liess mich schon wieder an! Also, ich sag's mal so, Lumex! Du hast dir leider den absoluten Loser-Clan ausgeliehen! Nein, die meinten, denen gehört die ganze Stadt hier und so! Das ist meine Stadt, das ist Paul-Berger-Hilz! Steht da oben Paul-Berger oder Alpha-Stein? Ja, die meinten, du hast dich ausgeliehen! Ah, okay! Also, guck mal, ich weiß ja nicht, was du für einen Dschungelbruch-Hütte bekommen hast, aber hier kriegst du Willen in Paul-Berger-Hilz! Boah! Ja, aber so eine hab ich auch! Sogar viel größer! So... Größer als das? Ja, ja, ja! Im Dschungel! Ja, mit cooler Aussicht! So, Leute! Das System hat's geklärt! Äh... Lumex, wir müssen weiter! Wir haben noch andere Missionen! Dann macht euer Ding! Alles gut, alles gut! Ja, komm, wir machen doch jetzt keinen Stress! Pssst! Entspann dich! Ah! Lumex! 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 Okay, wir geht! Ja, tschüss! Lumex, wir werden jetzt nur auf Kass machen! Okay, okay, warte... Habt ihr... Habt ihr einen Alpha-Klam-Banner? Äh, hab ich doch nicht mehr! Wo sind die? Ja... Gibt es mal? Okay! Ah, ja! Wir gehen dann mal! Okay, erzählen Sie endlich! Was ist denn hier? Ey, Bro, die greifen hier grad Paul-Berger-Hilz an! Die greifen dich an! So, ihr geht jetzt offline! Was darfst du die Paul-Berger an? Oh, ihr spielt halt das zu Ende von euch hier! Ja, Paul-Berger-Hilz an uns! Hey, reiß doch mal! Lumex, lauf! Okay! Digga, Leute, was geht's? Ich hab dir da, ich hab diesen böse Lumex! Ah! Hilfe! Aua! Lumex! Ah! Ah! Ey! Ey, warum hab ich jetzt Stress mit denen? Ich hab doch gar nichts gemacht! Lumex, in Ruhe! Siehst du, wie böse die sind? Wir müssen abhauen! Oh, Mann! Lauf, auf, auf! Lauf, hier durch! Lauf, Lumex! Lumex, komm! Hä? Aber ich dachte, ich dachte, das gehört euch! Ja, das gehört uns! Aber die haben's gerade angenommen! Ach, Mann! Lumex, komm mit, komm mit, komm mit! Hä? Okay, okay, ich komm schon! Hey, Lumex, gehörst du denen! Sue, Lumex, gehörst du denen! Ich muss mit Lumex stehen! Hä? Was ist denn jetzt hier los, Mann? Komm still, Lumex! Wer bist du denn? Sue, bist du los? Ich bin's, Lumex! Kennst du mich nicht mehr? Von damals! Sue, ja, natürlich! Sue, was machst du hier? Lumex, ich muss dir eine Sache erzählen! Als du hier direkt auf diese Insel gekommen bist, hab ich schon gesehen, dass du direkt von Alphastein und Entdeck führt worden bist! Ey, Bro, die sind geisteskrank korrekt! Ich hab ne Villa bekommen, ich hab Eisen bekommen, Diamantenschwert, alles, Bro! Guck mal, letztendlich, ich will dich zu gar nichts zwingen, du musst auf dein Herz hören! Ich hab beobachtet, was sie gemacht haben, ich hab beobachtet, dass Finski auch noch sogar dazugekommen ist und letztendlich, ich will gar nicht sagen, du musst für dich entscheiden, was du machst, ob du zu denen gehen willst oder nicht, aber ich sag dir, die werden dich manipulieren, früher oder später werden die dich verraten! Was? Na, Bro, die sind übel korrekt, weißt du, was die mir alles gegeben haben und weißt du, was denen alles gehört? Die haben ne riesengroße Burg, die haben ne Villa, die haben so viele Sachen, ne? Natürlich sind die korrekt zu dir, Lumex, weil die gerade am Verlieren sind, der Alpha-Clan wurde hops genommen, grad vor zwei Stunden hab ich die fertig gemacht mit Blackjack! Ja, ich war nur mein Bestes zu machen, aber ich bin ja neu, ich hab ja gar nichts und er hat mir ja direkt alles gegeben, so, weißt du? Ich bringe dich jetzt erstmal wieder zurück, ich wollte nur kurz dieses Gespräch mit dir haben, letztendlich, wie gesagt, was passieren wird, das wirst du selber entscheiden müssen. Ja, aber ey, freut mich, dich kennengelernt zu haben, ja? Ja, freut mich auch, dich kennengelernt zu haben. Aber bei wen bist du denn? Du hast so ne übel coole Rüstung an. Ich bin bei den Dreizack-Brüdern. Dreizack-Brüdern? Nein, Alpha-Clan meinte, die haben mich fertig gemacht. Ne, wir haben die fertig gemacht. Was, wirklich? Ja, ja, und deshalb, das ist das Ding, er sucht halt Verstärkung gerade, er braucht Hilfe, er ist verzweifelt, ich hab versucht, wirklich sein Freund zu sein, ich wollte für ihn da sein, aber er hat mir ein Messer in meinen Rücken gestochen. Äh, das ist ja übel doof. Ja, gut, Lumix, pass auf dich auf, die Welt ist böse. Ey, danke dir, ja, wir hören uns. Wir hören uns. Aber ich, wir, wir, wir machen Frieden, ja, kein böses Blut, Mann. Ich sag mal so, wenn du dich für die falsche Seite entscheiden solltest, dann wird es leider keinen Frieden geben. Was? Nein. Leute, ey, es gibt direkt Stress hier, die meinten alle zu mir, Alpha-Clan ist böse. Lumix! Ja? Was hat er denn erzählt? Was wollte er von dir? Ja, ich weiß nicht. Ich hab, ich hab, ich, sicher, dass ihr mich nicht ein bisschen abziehen wollt, Jungs? Sie wollen dich abziehen! Du hast gesehen, wie wir angegriffen wurden! Ja, ich weiß nicht, aber... Ente, erzähl, erklär es ihm doch! Wer machst du? Ja, erklären die Situation, es kann nicht so weitergehen! Ja, genau! Hä, was, was ist denn jetzt hier los, Mann? Das hat sich hier alles gelöst, Jungs. Ente, ich glaube, wir müssen laufen, Ente. Ente, Ente! Ente, Ente! Ente, Ente! Hä, was, warum rennt ihr denn jetzt weg, Mann? Warte! Okay, ich komme. Hä, warum rennt ihr weg? Ich denke, wir sind die Stärksten. Lumix! Ja, ihr habt gerade voll die Schüsse, ihr wart voll die Schüsse gerade, hä? Nein, die sind zu viele und wir haben unsere OP-Items in der OP-Base, die wir dir gleich zeigen wollen. Ja, aber ich dachte, ihr meint, wenn jemand Stress macht, dann machen wir die platt. Wir sind die Stärksten, ne? Ja, wir müssen die OP-Items schnell holen gehen. Ja, dann lass das machen, ne? Ja, komm! Wir müssen erst in der nächsten Folge zeigen, wir müssen erst mal vertrauen, ob du wirklich bei uns bleibst. Ja, okay, okay, ich verstehe. Okay, gebt mir eine Aufgabe, die ich machen soll, damit ich euch beweisen kann, dass ich es würdig bin, worauf zu sein. Diamanten holen! Oha, ja! Ey, gebt mir doch irgendeine krasse Aufgabe. Diamanten holen ist doch für Anfänger. Irgendwas krasses, Mann. Du musst doch würdig sein. Ja, vielleicht was krasseres. Genau, Mann, was krasseres. Nicht nur Diamanten holen. Besieg ein Crymax und survive HD. Was? Aber, ey. Ja, genau. Die haben noch eine viel krasse Rüstung als ich gehabt. Ey, die haben wir schon 10 mal besiegen. Du musst nur tief an dich glauben, dann kannst du es schaffen, die zu besiegen. Die können gar nichts in Minecraft. Die haben nur krasse Alte-Tims, aber die können nichts. Okay. Ey, ich kann ja vielleicht versuchen, die anders irgendwie fertig zu machen. Wir bauen irgendwie eine Falle oder sowas. Eine OP-Falle, genau. Ich baue eine OP-Falle in deren Burg. Und dann bringe ich euch deren Kopf. Genau. Das musst du machen, du Max. Bau die OP-Falle. Okay, das ist ein D, Jungs. Komm, Handschlag drauf. Okay. Okay. Ich mach mich dann mal auf den Weg, Jungs. Und dann sehen wir uns, ja? Du schaffst es. Ich schaff das. Ansonsten sehen wir uns in der Alphabase später, ja? Für den Alphaclan! 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 Okay, Jungs, bis später. Let's go, Rubek! Okay, Leute. Also, ihr seht, wir haben uns jetzt hier direkt den ersten Auftrag organisiert. Ich soll also eine Falle bauen und soll damit ein Crymax. Und ich glaube, Arrive meinten sie fertig machen. Ich weiß an sich gar nicht, wer hier das sagen hat. Deswegen schreibt mal in die Kommentare rein, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist. Und ansonsten, wenn ihr mehr Bock habt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und checkt noch unbedingt eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann vielleicht die Falle. Deswegen tagt die nächste Folge auf jeden Fall ab. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.